Hallo Freunde, herzlich willkommen in live und ich will jetzt mal erzählen, was los war. Ja, ich habe Netflix-Wiederschwebe und Wort-Mundlich. Und das ist zwar zwar warum. Ja, warum ist es zwar so, dass euer Account immer wieder sparen und euer Netflix am Boot und das macht Sorge. Und dann bitte, dass euer Wort im Mund liegt. Ihr könnt das mal lesen, was es drinste und bitte euch, dass ihr euch und viele andere das weitersagt. Und dann mal die auch mal durchlesen, was sie zahlen. Und das will ich jetzt YouTube-Chef auch mal sagen. Und das will ich jetzt sagen, dass ihr auch mal weiß, warum. So, das will ich jetzt sagen euch. Hier ist Beweis. Schlebt durch und endet nach. Danke fürs Zuhören. Euer Kipster.